Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Die künstliche Intelligenz, die ist in vielen Bereichen schon schlauer als wir. Beim Schach schlägt sie uns schon lange und auch in der Medizin ist sie präziser. Das hat eine Art Wettbewerb gezeigt am Deutschen Krebsforschungszentrum. Da sind 157 Dermatologinnen und Dermatologen angetreten gegen einen Algorithmus. Sie sollten auf 100 Bildern beurteilen, ob es sich um schwarzen Hautkrebs oder ein Muttermal handelt. Und das Ergebnis hinterher war eindeutig, der Algorithmus war deutlich besser als die Hautärztinnen. Werden wir also beim Dermatologen überhaupt noch bald von einem Menschen untersucht oder bedient der nur noch die Technik und steht daneben? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Marisa Becker. Sie hat sich mit Dr. Titus Brinker, Selbsthautarzt und Leiter der Studie unterhalten. Hallo Marisa. Hey. In der Studie wurden ja Ärzte von der künstlichen Intelligenz bei der Beurteilung der Bilder relativ klar geschlagen. Wenn ich jetzt zum Hautarzt oder zur Hautärztin gehe, schaut er sich meine Haut ja nicht auf dem Bild an, sondern in echt. Inwiefern sind das denn dann überhaupt realistische Bedingungen gewesen bei diesem Wettbewerb? Also tatsächlich ist diese Beurteilung von Bildern relativ nah an der, sagen wir mal, Arbeitsrealität oder am Arbeitsalltag von DermatologInnen dran. Denn die arbeiten mit Auflichtmikroskopen. Also das bedeutet, dass im Gegensatz zu diesen typischen Labormikroskopen, die man kennt, das Objekt nicht durchleuchtet wird, sondern eben angeleuchtet wird. Und dadurch betrachtet der Dermatologe oder die Dermatologin eben auch eine Art Bild. Und sie beurteilen dann eben in erster Linie nach dem visuellen Eindruck, ob es sich um ein Melanom oder eben Hautkrebs handelt und entscheiden dann eben auch auf dieser Basis, ob etwas rausgeschnitten werden muss oder nicht. Das tun sie vor allen Dingen auf der Basis von Erfahrungswerten. Also man muss sagen, es ist auch so ein bisschen so eine Art Mechanismus wie bei einem Algorithmus, dass man eben entscheidet, okay, ich habe jetzt schon mal das gesehen, das weist die ähnlichen Merkmale auf und deshalb ist es wahrscheinlich Hautkrebs oder deshalb ist es wahrscheinlich keiner. Und wie konnte der Algorithmus dann so viel besser abschneiden als die Dermatologen? Darüber haben die Wissenschaftler ein paar Vermutungen und zwar einmal, dass der Computer optischen Täuschungen nicht unterlegen ist. Und zweitens ist der Algorithmus eventuell auch in der Lage, einzelne Pixel-Anordnungsmuster zu analysieren, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können, weil unsere Sehkraft, also unsere Auflösung im Auge quasi, einfach zu schlecht ist. Aber es sind beides, wie gesagt, Vermutungen, die sind noch nicht belegt. Was aber auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat, ist das Training. Der Algorithmus wurde nämlich vorher mit 12.000 Bildern gefüttert und Computer vergessen ja bekanntermaßen nicht. Allerdings sagt Studienleiter Dr. Titus Brinker, dass man die genaue Ursache nicht benennen kann. Das genauere wäre ja zu verstehen, an welchen genauen Eigenschaften das Netzwerk das denn ausmacht. Aber das ist eine Fragestellung, die ist extrem komplex. Das nennt man auch das Blackbox-Problem bei künstlicher Intelligenz. Das Blackbox-Problem beschreibt im Prinzip, dass die Weitergabe von Informationen innerhalb dieses neuronalen Netzes, also wenn es quasi trainiert, so abstrakt ist, dass sie einen Menschen nicht verstehen kann. Und dieses Blackbox-Problem ist eben so ein ganz grundsätzliches Problem in der künstlichen Intelligenz, weil die KI in dem Moment über das, was wir als Menschen überhaupt begreifen können, einfach hinauswächst und sie macht sich quasi selbstständig, könnte man sagen, oder lernt eben selbst dazu. Was aber relativ klar ist, ist dann das Ergebnis, nämlich ganz am Ende, die KI ist deutlich präziser als die Ärzte und Ärztinnen. Inwiefern beeinflusst das jetzt die Arbeit der Dermatologen? Ich habe ja eben schon mal gefragt, haben wir bald nur noch Technik und der Mensch steht daneben oder wie sieht das aus? Brinker sieht in der künstlichen Intelligenz vor allem eine Ergänzung zur Diagnose durch einen Arzt. Ich glaube einfach, dass die Algorithmen die Arbeit von Dermatologen genauer machen können und dadurch viel unnötige Prozeduren und viel unnötigen Schaden verhindern. Also Sie müssen ja überlegen, jeder Patient, der da falsch diagnostiziert wird, geht entweder mit einem Krebs nach Hause, was gravierend ist, oder er bekommt eine unnötige OP, was ebenfalls gravierend ist. Und viele Krankheiten sind ja auch oder leben ja auch eben davon, dass man sie früh erkennt. Und schwarzer Hautkrebs ist bei den 20- bis 30-Jährigen immerhin die Krebsart, die am häufigsten zum Tod führt. Deshalb sind verlässliche Diagnosen auf jeden Fall sehr wichtig. Also arbeiten Ärztinnen und Algorithmus in Zukunft zusammen und wir werden weiterhin von Menschen untersucht. Genau, also der Algorithmus ist im Endeffekt eine Art Assistenz, könnte man sagen. Übrigens auch in anderen medizinischen Bereichen, zum Beispiel in der Radiologie, da wurde das schon vor fünf, sechs Jahren erprobt und auch heute ist da immer noch der Algorithmus die Assistenz. Beziehungsweise, muss man sagen, auch eine Art Backup, also so eine Art Rückversicherung, wie Dr. Titus Brinkers mir erklärt hat. Der Dermatologe trifft zunächst die Entscheidung für sich im Kopf und setzt dann den Algorithmus quasi ein. Und wenn der Algorithmus davon überzeugt ist, dass das Krebs ist, schneidet er ihn raus. Also doppelt negativ. Der Dermatologe denkt, es ist nichts und der Algorithmus denkt, es ist auch nichts. Nur dann wird nicht rausgeschnitten, wenn entweder der Dermatologe oder der Algorithmus sagt, es ist ein Melanom. Dann wird rausgeschnitten, um quasi die Sensitivität weiter zu erhöhen und wirklich alle Kranken zu bekommen und nicht zu verpassen. Denn bislang ist es so, dass der Algorithmus eben nur Melanom und Muttermahl unterscheiden kann. Also wirklich nur diese Differenzialdiagnose, also nur diese beiden. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Diagnosen, die da theoretisch in Frage kommen. Und da reicht der Algorithmus eben nicht aus. Was ich aber auch sehr interessant fand, war, dass Dr. Brinker in dem Algorithmus auch eine Lösung für ein ganz anderes Problem sieht. Nämlich den allgemeinen wirtschaftlichen Druck innerhalb der Medizin zu operieren. Also mit Druck meinst du, dass Kliniken gerne mal eine OP machen, die eventuell nicht notwendig wäre, weil das Geld bringt? Genau. Wie kann der Algorithmus das Problem lösen? Dieser Druck, der kommt eben vor allem vom Vorstand einer Klinik. Da heißt es dann, dass eine vergleichbare Klinik beispielsweise viel mehr operiert hat. Und es wird eben dann gedroht, eine Stelle zu streichen, weil sie ja offensichtlich nicht benötigt wird. Und genau an dieser Stelle kommt die KI zum Einsatz, denn sie gibt eine neue Argumentationsgrundlage. Man hat halt einfach eine Benchmark, etwas Standardisierbares, was man jetzt halt nicht hat. Jetzt ist es ein bisschen Willkür. Jetzt kann ich eine Indikation, ja, ist halt meine ärztliche Meinung, meine klinische Einschätzung. Wissen Sie es besser oder was? Und durch eine KI habe ich quasi ein Zweitmeinungssystem, was mir ermöglicht, eben ärztliche Fehlbehandlung durch wirtschaftlichen Druck zu unterbinden. Das heißt, dass künstliche Intelligenz dieses ganze System im Endeffekt gesünder und auch fairer macht, weil man als Patient eben nicht mehr im OP landet, obwohl man das gar nicht mehr braucht. Weil eben klar belegt werden kann, okay, diese OP ist notwendig oder diese OP ist nicht notwendig. Und gleichzeitig wird die Diagnose von Hautkrebs eben verbessert. Also es wird zuverlässiger diagnostiziert. Das ist Hautkrebs und das nicht. Das kann klarer abgegrenzt werden. Und das kann man natürlich auch auf andere Bereiche der Medizin übertragen. Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums, die haben in einer Studie herausgefunden, dass der Algorithmus Hautkrebs zuverlässiger erkennen kann als Dermatologen und Dermatologinnen. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil, das macht die Arbeit von Hautärzten besser und zuverlässiger. Meine Kollegin Marisa Becker hat mit dem Leiter der Studie, Dr. Titus Brinker, über die Zukunft der Hautkrebsdiagnose gesprochen und war bei mir im Studio. Vielen Dank, Marisa. Gerne. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.